Was gäbe es Schöneres nach der Arbeit ab in den eigenen Pool? Schon ab 80 Quadratmetern Gartenfläche kann dieser Wunsch realisiert werden. Ein Naturpool hat dabei klare Vorteile. In erster Linie ist es das biologisch gereinigte Wasser. Wir haben eine unübertreffliche Wasserqualität. Das Wasser ist weich, es ist keine Chemie drinnen. Weiters ist es der Pflegeaufwand. Ich habe auch einen Naturpool zu pflegen, aber mit Einsatz von Robotern, gewissen rotierenden Teichreinigungsbürsten ist das heutzutage kaum ein Aufwand. Und ich brauche keinen Chlorstand oder keine chemischen Zusätze zu kontrollieren. Damit der eigene Garten immer gepflegt aussieht, gibt es einige Punkte, die beachtet werden sollten. Es wird geschaut, dass strikte Abtrennungen zwischen Rasen und Pflanzfläche da sind, in Form von zum Beispiel einer verzinkten Rasenleiste, welche Pflanzflächen vom Rasen trennt. Die Pflanzflächen selbst werden vorher mit Flies abgedeckt, damit keine Unkräuter vom Boden her durchwachsen. Und anschließend wird gerne statt Rindendekor in letzter Zeit Kies verwendet, da der Kies weder verrottet noch sich so leicht vom Sturm verblasen lässt.